Weihnachten ist wunderbar, Weihnachten ist wunderbar, Weihnachten ist wieder da. Den Weihnachtsmann spielt der Papa, la 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 la. Weihnachten ist wunderbar, Weihnachten ist wieder da. Und was macht die Mama? Die backt die Weihnachtsplätzchen, wunderbar. Das Weihnachtsgebäck ist wieder weg, wer hat sie nur weggeschleppt? Ich sag, das war der Knirps von nebenan. Er hat sich dabei die Hand ganz schön verbrannt. Danach hat er nur gelacht und weiter Weihnachtsgebäck verschleppt. Weihnachten ist wunderbar, Weihnachten ist wieder da, la 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 la. Die Weihnachtsgeschenke sind schon besorgt und dazu mit Herzen verpackt, damit dieses Jahr auch wirklich alles klappt. Weihnachten ist wunderbar. ... ... ...